ich grüße euch noch mal ein inweis auf unsere depressionskonferenz wir haben natürlich um die 60 konferenzen ungefähr das kennt ihr auch alle bei hier in experten gtv bei medien und zum beispiel nur die intuitionskonferenzen hier findet ihr alle konferenzen über infektion umfeld und kunst informationsmedizin wirbelsäule glück individuelle magie ernährung und so weiter und eben heute die depressionskonferenz ist der 25 september und das wird natürlich auch immer zu sehen sein im rahmen der leib der sechste leipziger woche der seelische gesundheit wo deutschland weit in viele städte diese wochen der seelische gesundheit wo viele akteure experten einfach auftreten jeder in seinem feld und dann auch eine veranstaltung dann zusammen also ist organisiert vom bündnis depression leipzig und heute eben sind ab 18 uhr der reiner michael franke und doktor ditmar förste ich bin da die karen hartmann sie ist natürlich meditationsleiterin die ja um meditation ist sehr gut für gegen depressionen und die kinesiologin helen brogal gut unter anderem werden wir dann die nächste zeiten auch den matrix familien code vorstellen dann in offenen infektion und talente gruppe in leipzig immer infektion und gesundheit man kann auch über skype teilnehmen lehren und lernen so intuition und pädagogik geräte die genosonik und talente und intuition und gesundheit ok dankeschön für eure aufmerksamkeit ich freue mich auf sie bis dann